Hallo, Bottle, Header-Daten abfragen. Alle HTTP-Header-Daten, die vom Client gesendet werden können, mittels request.headers.get in Klammern, in Anführungszeichen, Keyword abgefragt werden. Oder eine andere Methode wäre request.get-header und dann wieder der Key-Name. Nicht vergessen, die Klasse request zu importieren. Okay, dann starten mit Python, Leerzeichen, App.py, dann den Browser starten und eingeben localhost, Doppelpunkt 8080, Schrägstrich, Hallo und dann gibt es die Ausgabe, also den Wert vom User-Agent. Und das gleiche nochmal mit der anderen Methode, Speichern und Neuladen. Und es passiert genau das gleiche. Außerdem gibt es noch andere Request-Abfragen, zum Beispiel kann man die Methode abfragen, die URL, den Pfad, den Query-String und einen bestimmten Wert vom Query. Das sieht dann so aus. Die Methode. Das wäre hier zum Beispiel die Get-Methode, müsste das sein. Jawohl. Dann die URL. Dann der Pfad, das müsste Schrägstrich Hallo sein. Und ein Kirby-String. Speichern und jetzt kommt noch der String hinzu. Fragezeichen, ID gleich 1 zum Beispiel. Also gibt es hier ID gleich 1. oder den Wert von der ID, dann mit request.query.id. Ciao und viel Glück! Ciao und viel Glück! Ciao und viel Glück! сцен